Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Morgen ist es endlich soweit. Unser Heimspiel gegen Magdeburg steht auf dem Programm. Ein unfassbar wichtiges Spiel für unsere Mannschaft. Und deswegen blicken wir natürlich auch heute nochmal auf die Pressekonferenz von gestern und auf all das, was aktuell bei Schalke so los ist. Auf unseren Kader, welche Spiele sind dabei, welche Spieler fehlen. Vor allem gucken wir dort auf Terodde, Drechsler und Kalasch. Wir reden auch nochmal über Thomas Reis, denn dort gab es ja ordentlich Kritik. Unter anderem lange Busfahrt, Falschtaktik und so weiter und so fort. Und wir diskutieren auch mal über einen möglichen Profi-Einsatz für Pierre-Michel Lasogga. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf das aktuelle Personal-Update. Denn dort gab es ja auf der gestrigen Pressekonferenz von Thomas Reis einige Neuigkeiten. Erst einmal natürlich die wichtigste Frage sicherlich für viele, kann Simon Terodde spielen, ja oder nein? Und dort gibt es auch weiterhin noch keine klare Antwort. Denn am gestrigen Donnerstag war es so, dass Simon Terodde weiterhin nur individuell trainieren konnte. Und somit muss man laut Thomas Reis wirklich gucken, ob es für Magdeburg reicht. Meiner Meinung nach hört sich das aber eben auch alles danach an, dass Terodde, wenn überhaupt, im Kader stehen wird. Ich denke mal, Startelf kann man auf jeden Fall ausschließen, weil er eben dafür deutlich zu wenig mit der Mannschaft trainieren konnte. Ansonsten wird uns auf jeden Fall Ralf Fährmann fehlen. Er hat nämlich Fußprobleme. Man geht aber dort davon aus, dass er nächste Woche wieder ganz normal trainieren kann. Dominik Rechsler, der ist auf jeden Fall wieder zurück, konnte auch das Training diese Woche voll absolvieren. Und somit ist er zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber auf jeden Fall eine Option für den Kader, wenn nicht sogar für die Startelf. Ansonsten fehlen uns natürlich Leo Greimel und auch Ron Schallenberg. Der fehlt ja weiter in Rot gesperrt, ist er nächste Woche wieder spielberechtigt. Fragen gab es natürlich auch zu Brian Lassem und Kenan Karaman, wann die wieder können, weil er jetzt auch Dominik Rechsler wieder fit ist. Aber bei beiden war es eben eine etwas intensivere Geschichte, wo vielleicht auch der strukturelle Schaden ein bisschen größer war. Im Normalfall ist es auf jeden Fall so, dass Lassem der Nächste ist, der auch dann ins Training zurückkehren wird. Thomas Reis hätte natürlich auch beide gerne gegen zum Beispiel St. Pauli nächste Woche wieder mit dabei. Ob das aber wirklich funktioniert, steht noch sehr in den Sternen. Also bei Karaman wird es wohl erst der Oktober werden, bei Lassem wird es womöglich etwas schneller gehen. Aber dort gibt es eben noch keine genaue Prognose, wann sie wieder fit sind. Nochmal ganz kurz zu Dominik Rechsler. Er ist auf jeden Fall ein, der natürlich auch den Anspruch mit hat, direkt uns zu helfen. Er ist auf jeden Fall wieder fit. Er ist zurück. Er wird auf jeden Fall im Kader stehen. Ich denke mal, darüber sind wir uns auch alle einig. Aber ich denke mal, er wird erstmal von der Bank kommen. Durchaus interessant waren dann auch die Aussagen von Thomas Reis bezüglich Thomas Kalasch, inwiefern er vielleicht auch eine Rolle am Samstag spielen kann. Denn bislang wurde auf jeden Fall noch ganz klar betont, dass eben Kalasch erstmal die nächsten Wochen aufgebaut werden muss. Und trotzdem könnte es durchaus sein, dass er gegen Magdeburg im Kader steht. Denn Thomas Reis war auf jeden Fall wirklich zufrieden damit, dass er in Ulm in einer halben Stunde durchaus gezeigt hat, dass er Qualitäten mitbringt. Und auch er konnte das Training gestern komplett absolvieren. Und somit hat er zwar am Anfang der Woche ein paar Probleme gehabt, dass er individuell trainieren musste. Aber Reis hat auch schon betont, dass Kalasch vielleicht 10, 15 Minuten spielen kann, um einfach der defensive Stabilität zu geben. Und vielleicht ist er genau deswegen noch Sohn für den Kader, wenn man eben dort nochmal in der Schlussviertelstunde einen wirklich gestandenen Innenverteidiger gebrauchen kann. Deswegen würde ich es gar nicht mal ausschließen, dass Thomas Kalasch vielleicht sogar am Samstag im Kader steht. Wenn nicht, wird das dann sicherlich Ibrahima Cissé tun. Und deswegen blicken wir jetzt auch mal auf unsere mögliche Startelf gegen Magdeburg. Und die habe ich jetzt mal so aufgebaut. Mit natürlich Marius Müller im Tor. Ich denke mal, darüber muss man nicht großartig diskutieren. Und auch unsere Vierer-Abwehrreihe stellt sich ja eigentlich von selber auf. Mit Cedric Brunner, Timo Baumgartel, Marcin Kaminski und Thomas Auwejan. Klar, über kurz oder lang kann es auf jeden Fall sein, dass Thomas Kalasch hier in der Innenverteidigung für einen ordentlichen Konkurrenzkampf sorgt. Aktuell ist er aber eben nicht fit genug für die Startelf. Und somit werden wir erneut Kaminski und Baumgartel sehen. Rechte Seite geht auf jeden Fall ganz klar an Cedric Brunner. Und auch links kann es natürlich sein, dass über kurz oder lang Mökin und Auwejan ordentlich Konkurrenz machen wird. Aber aktuell werden sicherlich beide gebraucht. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass wir hier die linke Seite aus der zweiten Halbzeit gegen Wiesbaden und eben auch dem Testspiel gegen Ulm sehen werden. Das wiederum bedeutet, dass Tobias Mohr in den vergangenen zwei Spielen, also Ulm und Wiesbaden ja auch in der Startelf stand, wie auch schon dort in der zweiten Halbzeit und im Test gegen Ulm auf die rechte Seite wechselt, wo er ja auch jeweils in beiden Spielen ein Tor erzielen konnte. Sturmzentrum wird höchstwahrscheinlich an Sebastian Polter gehen, der auch nochmal ein Lob von Thomas Reis bekommen hat. Der brennt auch auf diesen Einsatz. Sollte Terodde ausfallen, wird dann sicherlich Keke Top im Kader stehen. Sollte Terodde fit sein, wird er aber sicherlich erstmal dann von der Bank kommen. Im zentrales Mittelfeld fehlt ja weiterhin Ron Schallenberg und hier ist halt dann sicherlich die Frage, kann Dominic Drexler von Anfang an spielen und würde man es machen? Ich denke mal, Paul Seguin und Lino Tempelmann werden auf jeden Fall spielen, auch in ähnlichen Rollen wie gegen Wiesbaden. Sprich Seguin eher der defensive Sechser, Tempelmann, der eben auch Meter nach vorne macht und dann eben Assan Uedraogo oder Dominic Drexler, wobei ich mir relativ sicher bin, dass wir hier erneut Uedraogo sehen. Und somit könnte das auf jeden Fall unsere Startelf gegen Magdeburg sein. Es ist auf jeden Fall ganz gut, dass ein, zwei Spieler jetzt eben auch nach ihren Verletzungen zurückgekehrt sind. Vor allen Dingen eben auch Dominic Drexler, der in der Offensive sicherlich nochmal Qualität mit reinbringt. Ich bin aber auf der anderen Seite sehr gespannt, wie es eben dann auch mit Sebastian Polter als Stürmer so laufen wird. Aber so sieht dann auf jeden Fall mal unsere mögliche Startelf aus. Und dann gab es auf der Pressekonferenz noch ein Thema, auf das Thomas Reis angesprochen wurde. Und das war die Kritik an seiner aktuellen Arbeit, vor allen Dingen auch bezogen auf drei bis vier Themen. Zum einen eben, dass sein Training möglicherweise auch weiterhin zu hart sei. Die Taktik teilweise falsch wäre, sprich nach vorne auch weiterhin eine wirkliche Spielidee fehlt, dass es gegen Ulm eine lange Busfahrt war und zudem dann noch der Vater von Paul Seguin ein paar interessante Aussagen getätigt hat. Und auf diese vier Themen ist eben auch Thomas Reis nochmal einzeln eingegangen und hat dazu auch nochmal ein bisschen was erklärt. Zum einen ist es nämlich so, dass grundsätzlich von der Mannschaft weiterhin keine Widerworte gekommen sind. Also Thomas Reis hat erneut auch diese Dinge ganz bewusst innerhalb der Mannschaft angesprochen, vor allem eben auch bezüglich des Trainings, ob es denn tatsächlich zu hart sei oder nicht. Und Thomas Reis hat hier auf jeden Fall nochmal betont, es gab aus der Mannschaft keine Widerworte. Und somit ist es dann wiederum natürlich komisch, dass diese Vorwürfe immer mal wieder kommen und trotzdem eben dann auch aus der Mannschaft kein Signal an unsere Trainer gesendet wird, dass man vielleicht was ändern sollte. Finde ich dann auf jeden Fall ein bisschen komisch. Wenn es eben so ist, dass das Training zu hart ist, dann sollte man es eben auch ansprechen. In Sachen Taktik, dass die eben weiterhin etwas zu falsch wäre, zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Da wird es sicherlich dann nochmal in den nächsten Wochen zeigen, inwiefern das gegen die anderen Gegner auch dann so funktioniert. Und vor allen Dingen eben auch das Thema lange Busfahrt wurde auch bei Schalke auf jeden Fall besprochen. Denn es war ja durchaus rund um das Ulm-Spiel Kritik laut geworden, dass man eben bei diesem Spiel eine sehr, sehr lange Busfahrt hatte. Das alles an einem Tag, wodurch man eben auch Freitag auf Samstag in der Nacht erst in den frühen Morgenstunden zu Hause war. Und auch dort hat Thomas Reis nochmal betont, dass man eben auch innerhalb der Mannschaft darüber gesprochen habe, dieses Testspiel sogar weiter aufzuziehen mit einer Hin- und Rückreise an verschiedenen Tagen. Sprich, man hätte es sogar noch professioneller machen können, zum Beispiel eben einen Tag vorher anreisen, hat Reis auch nochmal der Mannschaft zur Verfügung gestellt. Aber auch dort hätte es dann, wenn es darum ging, das an einem Tag zu machen, keine Widerworte gegeben. Und im Anschluss an das Ulm-Spiel folgte auch dann ein freies Wochenende. Und Reis hat auch nochmal dazu gesagt, Teile der Mannschaft sind dort geblieben, weil sie intern noch etwas machen wollten. Das Thema ist bei mir nicht zu hoch zu hängen. Ich bin manchmal sarkassisch und sage, Augen auf, wo ich wohne. Denn Reis hat eben auch nochmal betont, dass es natürlich auch dann daran liegt, je nachdem, wo dann eben auch ein Akteur wohnt, beispielsweise in Düsseldorf, meint er sicherlich, dann damit muss er natürlich auch nochmal von Gelsenkirchen dorthin gefahren sein, wodurch es nochmal ein bisschen später geworden ist. Und am Ende sind das halt einfach Themen, die sicherlich auch logischerweise auftauchen, wenn es eben dann bei einer Mannschaft auch nicht so gut läuft. Hätten wir jetzt beispielsweise jedes Zweitligaspiel gewonnen, ich glaube, dann würden solche Themen gar nicht mal so sehr an die Öffentlichkeit geraten. Und zudem gab es ja auch dann nochmal Aussagen von Paul Seguins Vater, der so ein bisschen gesagt hat, ja, warum muss denn Seguin immer auf dem Flügel spielen und nicht im Mittelfeldzentrum? Das könnte er sich als Vater gar nicht mehr angucken. Und auch dort hat Thomas Reis nochmal Folgendes zugesagt. Als Vater kann ich es verstehen, weil man für seine Kinder immer das Beste will. Also aus der Sicht finde ich es ja noch in Ordnung. Aber ich glaube, wir sind uns trotzdem alle einig, dass Paul Seguin grundsätzlich noch nicht so richtig angekommen ist auf Schalke. Das liegt sicherlich auch daran, dass er seine Position noch nicht so wirklich gefunden hat. Aber er hat bislang ein einziges Mal wirklich auf dem Flügel gespielt. Das war gegen Kaiserslautern, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war auch wirklich das einzige Spiel. Deswegen sollte man, glaube ich, auch das Thema jetzt nicht zwingend überziehen oder irgendwie überdramatisieren. Und deswegen bleibt es auf jeden Fall dabei. Es gibt irgendwie immer mal wieder kleinere Kritik, auch rund um die Mannschaft, aus der Mannschaft. Es wurde aber auch alles angesprochen vom Trainerteam. Es gab keine Widerworte. Also mal gucken, wie sich das dann in den nächsten Tagen und Wochen so entwickeln wird. Entwickeln könnte sich möglicherweise auch noch Pierre-Michel Lasogga bezüglich eines Profi-Einsatzes für unsere Zweitligamannschaft. Denn das war diese Woche auch nochmal durchaus ein Thema. Lasogga ist ja Gladbecker, also im Ruhrgebiet geboren, hat ja zwischen 1999 und 2006 für unsere Jugendabteilung gespielt und ist dann ja seinen Weg in der Bundesliga gegangen über Wolfsburg, Leverkusen und Hertha zum HSV. Und ich denke mal, von dort haben ihn auch die meisten noch am besten in Erinnerung. Danach ging es ja zu zwei Vereinen aus Katar, an dessen Ende er dann ein gutes Jahr vereinslos war. Und im Sommer kam es ja dann zu einer Rückkehr zu uns auf Schalke als Führungsspieler für unsere zweite Mannschaft. Bislang hat ja auch Lasogga dort eine gute Rolle gespielt. Fünfmal auf dem Platz gestanden, zwei Tore erzielt, eins vorbereitet. Und somit läuft es für den 31-Jährigen auf jeden Fall ganz gut. Und bedingt dadurch, dass er eben auch ein Terodde diese Woche nur individuell trainieren konnte, ein Castelle gegen Ulm mit dabei war, gab es eben auch dann mal die Frage von der Watz zu Gerald Asamor, ob denn vielleicht auch ein Lasogga vielleicht dann auch nochmal ein Thema für die Profimannschaft werden könnte. Wenn wir keine Stürmer mehr hätten, würden wir auch Pierre hochholen. Hat Asamor hier auf jeden Fall nochmal klargemacht, dass ein Profieinsatz nicht ausgeschlossen ist, aber schon eher unwahrscheinlich. Denn Asamor hat auch nochmal klargemacht, man will eben eher auch junge Spieler aufbauen, ohne dass er auch jetzt hier Pierre-Michel Lasogga unter Wert verkaufen möchte. Und ich denke mal, das ist auch die vollkommen richtige Marschroute. Dieses Thema wurde ja auch schon von Beginn an, als Lasogga zu uns kam, bei manchen Schalke-Fans diskutiert. Gibt es vielleicht mal für ihn die Chance, auch im Profi-Team zu spielen? Macht das überhaupt Sinn? Und am Ende kann man hier sicherlich sagen, ich glaube schon, dass Pierre-Michel Lasogga die Qualität mitbringt, unserer zweiten Mannschaft in der Regionalliga auch wirklich eine Hilfe zu sein, auch als erfahrener Typ voranzugehen, Tore zu schießen, der Mannschaft zu helfen für unser Profi-Team. Sollte er aber im Normalfall keine Rolle spielen. Ist ja auch eine ähnliche Rolle, die er inne hat wie Rufa Dadaschow. Der hat ja dann auch zu Zweitliga-Zeiten für uns, ich glaube, einmal gespielt. Ich glaube, zwei, dreimal stand er im Kader, weil er dort mal Tirodde gefehlt hat. Werten nur Piringer und Bülter als Stürmer. Und auch nicht so die jungen Leute mit dabei. Da war ja auch Keketopp noch sehr, sehr jung. Jetzt ist sicherlich hinter Tirodde und Polter Keketopp Stürmer Nummer 3. Und wenn dann jemand fehlen sollte, Niklas Kastelle, Stürmer Nummer 4. Und dann wären wir sicherlich erst bei Pierre-Michel Lasogga. Also Profi-Einsatz ist auf jeden Fall sehr, sehr unwahrscheinlich. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04-News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! Anale Schalker!